Die Verkehrszeichenerkennung erkennt Temposchilder blitzschnell und erinnert den Fahrer visuell an das aktuelle Geschwindigkeitslimit. Sollte die zulässige Geschwindigkeit überschritten sein, so erscheinen entsprechende Warnhinweise. Zur Erinnerung, berücksichtigt werden nur runde Verkehrszeichen mit Geschwindigkeitsbegrenzung. Liegt die gespeicherte Geschwindigkeit des aktiven Geschwindigkeitsreglers unter der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, so erfolgt keine weitere Meldung. Liegt sie aber über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, so empfiehlt das System eine Anpassung der Einstellung. Das System kann über das Multifunktionsdisplay deaktiviert werden.